Im heutigen Video wurde unser Trolling-Menü um ein paar Funktionen erweitert, sodass wir nicht nur Leute im Umkreis hinfallen lassen und aussteigen lassen können, sondern wir können heute auch auf Knopfdruck einen Bus hinter uns spawnen lassen, der dann mit 500 kmh direkt in die Leute vor uns reinballert. Achso, und unser Bus sieht nicht so aus, sondern so. Hey Spoonfarm, der Bus ist da! Falls ihr mehr von diesem custom, reingemoddeten Multiplayer-Kram sehen wollt, dann hinterlasst dem Video gerne ein Like und abonniert meinen Channel, denn 42% meiner Zuschauer sind einfach keine Abonnenten. Und ansonsten, viel Spaß mit dem Video. Mach nochmal. Oh mein Gott, hab mich erschrocken. Das ist wie ein Jamsker gefühlt, Alter. Das ist das Gefühl. Ja, ja, aber das geht dann durch, ne? Ja, ja, das du wolltest. Das du, manchmal fährst du, ne? Ja, okay, das ist schon geil. Also immer vom Rücken. Hinter dir, hinter dir. Mach immer vom Rücken, okay. Da, wo du hinguckst, fährt der hin. Mach besser, mach besser, mach besser. Warte, warte, warte. Wir können ihn weiter wegspawnen, dann kommt er mit mir anlaufen. 20 Minuten später. Heute machen wir dann mal ein bisschen was anderes, wie man vielleicht schon sehen kann. Der Bus hat Verspätung, ja? Heute machen wir ein bisschen Busfahrer-RP. Wir gucken mal, ob wir ein paar nette Kunden erwischen können. Hoi, ist das schön. Schönes Rösti, schönes Busfahrer-Rösti hier. Junge, jeder, der mich mit dem Bus sieht, wird sofort umdrehen und versuchen, mich zu verfolgen. Pass auf, die da vorne. Die sehen den Bus jetzt. Jetzt drehen die sofort um. Jetzt denken die so, hö? Jetzt fragt er mich, was ist das für ein Bus? Oh nein, oh nein. Der Bus, einmal bitte rechts ran. Was ist Ihr Problem? Na, guten Morgen. Bitte. Wo sind Sie weggefahren? Wie weggefahren? Das ist mein Bus. Ja, aber... Ich muss arbeiten jetzt mit dem Scheißding. Nee, 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 nee. Lassen Sie mich mal bitte ausreden daher. Sind Sie die ganze Zeit auf der verkehrten Straßenseite gefahren? Darf ich jetzt bitte weiterfahren, ja? Nee, ich will Ihren Führerschein sehen. Den hat der Chef halt, ne? Führerschein hat der Chef? Ah, ich weiß ja nicht. Das kann man natürlich so durchgehen lassen, wenn der Chef dann vorbeikommt und ihn vorbeibringt. Der kommt gleich vorbei, ja? Versprochen. Oh, wir bleiben hier mal, ne? Ganz lange können wir hier ja warten. Ja, dann, äh... Nee, tschüss. Officer, auf jeden Fall muss ich jetzt weg. Ja, mein Chef kommt gleich. Ja, und wo ist Ihr Führerschein daher? Der kommt ja nicht mehr durchgefahren. Ich hab meine Kollegen gerufen, ja? Die sind jetzt... Ja, das ist doof, ne? Mal gucken, wie es dem anderen Kollegen geht. Hallo? Steigen Sie bitte aus meinem Bus aus, ja? Hallo? Nehmen Sie ein Stück mit. Kommen Sie rein. Das ist so goldwert, dieses Feature. Gott, ist das gut. Oh nein, ein M-Dealer. Oh, Medic, Medic. Der Mann hier, der wurde von einem Bus überfahren. Ich hab schon gesehen, da so was komisches rosan ist. Ja, ja, das ist ein Bus, der fährt die ganze Zeit hin und her und überfährt hier Leute. Unfassbar. Oh, gute Frau. Wie zu Hölle haben Sie das überlebt? Ja, ich hab keine Ahnung. Der ist einfach über Sie drüber gefahren. Geil, Junge. Oh, den kriegen wir auch noch. Achtung, ein Bus kommt. Oh, hat ihn verfehlt? Hallo? Bleiben Sie bitte kurz stehen. Ja, der Bus, der muss Sie auch abholen. Ja, lauf mir hinterher. Genauso ist gut. Die laufen hinterher. Was meinen Sie, Herr Winkler? Warte, das ist so geil. Ich muss das noch öfter ausprobieren. Weil Name-Tags an und jetzt gehen wir hier einfach weg, ja? Hallo, halten Sie bitte an, ja? Stopp. Anhalten. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Äh, in der Frage. Haben Sie vielleicht meinen Bus gesehen? Ihren Bus? Ja. Bitte nicht, Junge. Bitte nicht. Nicht schon wieder, Digga. Ich hab Ihnen doch nichts getan. Sind Sie der, der nicht in ein Auto einsteigen konnte? Ja, Moment. Ich hab ein neues Auto. Sie sind das. Ich hab auch ein neues Auto. Soll ich Ihnen das mal zeigen, ja? Moment, ja, ich zeig Ihnen das. Der hat einfach überlebt, hä? Wundervoll. Wundervolles Fahrzeug. Der ist natürlich schneller. Super. Der hat mein Taxi kaputt gemacht. Schön. Wir müssen uns hier wirklich so ein paar Kunden suchen, you know? So richtige Kundschaft halt. Später. Hallo, hallo, hallo. Ja? Wie geht's Ihnen? Super. Was machen Sie so? Warte auf meinen Kollegen. Ah, ah, ja, ich warte auf den Bus. Was? Was tust du? Ich warte auf den Bus. Den Bus? Ja, den Bus. Wollen Sie den sehen? Nein, bitte nicht. Wo ist eigentlich der Kollege auf dem Moppet, oder? Ich hab eine Frage an Sie. Ja. Wohnen Sie vielleicht im Kopf in Koblenz? Da muss ich mal meinen Bus fragen. Ich bringe viel zu viele Leute mit dem Bus um. Das endet nicht gut. Das endet echt nicht gut hier. Ich muss das ein bisschen im Zaun halten, you know? Irgendwann später. Ah, ist cool, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Was geht hier ab? Ey, ich hab mal eine Frage. Hört ihr mich? Sag mal Palette. Warum liegt ihr alle auf dem Boden? Ach. Digga, ich krieg den VD-Mobil. Warum tanzt ihr eigentlich, hä? Ey, Jungs. Habt ihr alle Spaß am Tanzen? Und deine Mutter. Oha. Warum so beleidigend, jo? Digga. Warum tanzt ihr alle? Habt ihr irgendwie Spaß, oder? Mach mal die Scheiße, Digga. Was ist das? Man tanzt sich, Digga. Hm, wie schaut's denn aus mit dem Pidi? Hier ist doch das Pidi. Genau hier. Irgendwie komme ich da doch bestimmt auch rein. Hallo. Moin. Moin, Kollege. Moin. Moin, Kollegen. Servus. Servus. Höh? Ähm. Was ist jetzt passiert? Maaan. Der Herr, könnten Sie das bitte nicht nochmal machen? Ich geb... Oh, Mann. Bitte hören Sie auf damit, ja? Ja, okay, alles gut. Vielen Dank. Oh, Mann. Digga. Ich geh jetzt, ja. Sind Sie eigentlich reingekommen? Hallo? Ja, ich suche Ihnen eine Bushaltestelle. Gibt es hier in der Nähe eine? Ja, ich glaube, irgendwo in der Garn sind... Können Sie mir die zeigen, bitte? Ja, kommen Sie mit. Oh, ja, geil, geil, geil. Warte, 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 steig ein. Äh? Ah, super, super, super. Ich geh auf Beifahrersitz, ja? Ja. Äh? Hör auf, das Auto einzuparken. Ich mach das gar nicht. Doch, du parkst das Auto wieder ein. Du drückst hier irgendwas. Äh! Ey, jetzt hör doch mal auf, Mann. Ich bin das nicht. Jetzt hör auf damit, kapiert? Aber soll ich fahren? Soll ich fahren? Ja, wenn Sie es können... Ja, bestimmt. Das dürfen Sie gar nicht. Lassen Sie mich fahren, kommen Sie schon. Ich... Mann! Hallo? Ja, ja, das ist aber jetzt ein anderes Auto. Das muss funktionieren. Ich fahr auch rückwärts raus. Ja, geht doch, hä? Das liegt am Auto. Ja, also wo wollen Sie? Äh, Bushaltestelle, Bushaltestelle. Da muss ich kurz auf meinem Navi gucken. Ja, gucken Sie mal bitte aufs Navi. Ich fahr jetzt. Hä? Mann, jetzt hör doch auf damit. Ich will das auch gar nicht. Ich fahr das gar nicht. So ein vollidioter Typ, ey. Meinen Sie mich? Ja! Hören Sie auf damit jetzt. Parken Sie die scheiß Karre aus. 6, 1,5 Stunden später. Hä? Unser Rauch ist entfällig. Oh mein Gott. Oh. Unser Kollege ist tot. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hey, hey. Gehen Sie weg, Familie. Hier ist ein Zauberer. Hier ist ein Zauberer. Ich möchte nichts mit Ihnen zu tun haben. Ein Bus-Zauberer. Nein. Warte, gucken Sie da hinten. Gucken Sie, gucken Sie. Gucken Sie. Doch, gucken Sie, gucken Sie. Okay. Ich fahre weg, bevor wir auch nicht stehen. Ey, der fliegt hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Body shaming. Tag mich bitte mal, kriegst du es hin? Hallo, hallo. Sie können denn nicht das Fail-RP, Sie können den gar nicht tragen? Sie brauchen einen Bus, um den zu transportieren. Lauf weg, schnell, lauf weg. Verdammt, die müssen gerade laufen, sonst kann ich keinen Bus schmeißen. Junge, was hat der, was hat der für Hüften? Ich glaube, Sie haben den ein oder anderen Krabbenburger zu viel gegessen, oder? Entschuldigung. Wie viel Krabbenburger haben Sie heute verschlungen? Ich wünschte, ich hätte mal einen. Hey, was ist mit dir denn los? Hör auf, rumzuheulen. Hör auf, zu heulen. Alter, ich kenne dich doch. Du warst doch der, der nicht in ein Auto einsteigen konnte. Ach, Digga, verzieh dich, ja? Soll ich Ihnen vielleicht meine Busflotte zeigen, ja? Ja, zeig deine Busflotte. Guck mal. Der kann mich nicht sehen. Ich entferne ihn jetzt jedes Mal das Auto, wenn er ausparkt. Du hast sogar eine E-Klasse. Oh mein Gott. Nein, stopp, 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 stopp. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, Abschlepphof laufen. Was für Laufen? Ist mir scheißegal. Ist mir egal. Jetzt sind wir in einer Stunde da, ja, okay. Jetzt wollen die laufen, ja? Das kann ich auch zufälligerweise ganz gut klären. Schwanneck, der ist immer noch hinter uns. Sag ich doch. Ey, ich gebe dir ein Auto, Junge. Lass mich mal in Ruhe. Ich kann ihn auch anzünden, ne? Ja, mir geht's nicht gut. Lass mich doch in Ruhe. Ey. Oh mein Gott. Na, seid die doelte, seid noch nicht in Ruhe. Ach, Digga. Ja, der lässt mich nicht in Ruhe. Wie geht's euch? Dem ist ein TT, der gefällt mir. Oh. Ich habe auch dieses Video gesehen von dem. Aber die Folierung weiß ich nicht. Oh mein Gott. Du bist gebohrt. Oh, der Typ ist geil. Ich mag ihn. Das ist schon ehrenlos. Komm, ich revive die aber. So ehrenlos bin ich doch nicht. Oh, was machen die denn da? Was geht denn da? Ich entferne denen einfach das Auto. Hä? Hä? Was ist denn passiert? Ey, warte, wir können unser Geld abheben. Jeff, komm mit. Ha! Alle Autos verschwunden. Hä? Hallo, Sir? Hat er dich geschubst, Yasin? Was schubst du unseren Kollegen? Hä? Hä? Ey, Digga. Was habt ihr denn für Autos? Das steht mal auf. Oh, Jungs, Jungs. Wie geht's euch? Schlafvideos. Wer ist das? Äh, ihr tanzt doch so gerne. Warum tanzt ihr so gerne? Digga, trafst du uns. Macht das Spaß? Ja, schieb, 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 schieb. Ich hab eine Moppe dabei, bitte. Oh, wie geil sieht das aus? Ey, nehm mich mal mit. Nein, alles gut, alles gut. Ihr könnt Spaß. Ey, der wird zum Zuck. Der wird zum Zuck. Das ist ein Motor, Digga, nichts ist gut. Das mit dem Bus funktioniert nur, wenn ich weit genug weg bin. Ich muss mich halt irgendwie hier hinstellen und dann kann ich denen den Bus in die Fresse hauen. Bitte. Bitte tun mir das. Wir sind doch, Freunde. Wollen Sie auch den Bus? Nein, bitte. Ich fliege sie an. Ich fliege sie an. Bitte, bitte, bitte. Ja, sind Sie sich sicher? Sicher? Ich will keinen Bus. Bitte, bitte. Ich fliege sie an. Tanzen Sie einfach weiter, wenn Sie den Bus haben wollen. Okay, okay, alles gut, alles gut. Okay, Sie wollen den Bus, alles klar. Nein, okay. Bitte, bitte. Ey, ey. Ich tue alles, was Sie wollen. Ich tue alles, was Sie wollen. Ja, dann hören Sie auf zu tanzen. Ja, das will ich. Ja, 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 ja. Ja, gut, dann kommt jetzt der Bus. Nein, ey. Ja, der Bus. Ja, ich hole jetzt den Bus. Nein, bitte, bitte, bitte. Ich tue alles, was du willst, aber ey. Was ist denn los? Warum haben Sie Angst vor Busfahrten oder wie? Ja, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ah, Ihr Kollege da hinten, der tanzt auch. Bock auf den Bus. Nein, ey, du bist ein W***er, wenn du das machst. Ich flieh dich an, bitte. Sind Sie schon traumatisiert? Ja, bitte, bitte. Oh, oh, das heißt Bus, das heißt doch. Nein, bitte, das ist doch Spaß. Jetzt kommt der Bus, jetzt kommt der Bus. Ja, was denn, was, wo liegen das Problem? Sie haben geschossen. Nein, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wer hat denn dann geschossen? Das war der Typ, den Sie umgefahren haben. Ja, ja, ich gucke mal, ob der Bus da ist. Ey, bitte, ich flieh. Ich flieh dich an, ich flieh dich an, bitte. Ah, Sie können ja wieder laufen. Warten Sie, halten Sie an, der Bus da muss noch mitnehmen. Sie müssen den Bus mitnehmen. Nein, nein, bitte nicht. Bitte, keine Ahnung, bitte. Ich hol dann mal den Bus, ja? Nein, bitte. Doch, doch. Ich tu alles, was du willst. Ich zieh mich aus, ich zieh mich aus, ich zieh mich aus. Ich tu alles, was du willst, ja? Alles gut. Bitte lassen Sie mich einfach nur in Ruhe. Ja, ich hol dann mal den Bus, ja? Nein, bitte, bitte. Doch, doch. Ich lutz hier ein, ich lutz hier ein, guck, ich lutz hier ein. Kommt hierher. Bitte, ja, wie möchtest du? Ja, gut, schuld den Bus, ne? Okay, okay, okay. Ich hol den. Wehe. Wehe, ja, ja. Ich hol den. Bitte. Bitte. Nein. Nein. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. No. Doch, ich nehme Sie mit. Wohin denn? Ja, in die Stadt wieder. Nein, in die Stadt vier. Dann kommt jetzt der Bus. Okay, 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 okay. Okay, keine Probleme. Ich komme mit, ich komme mit, ich komme. Das war die einzigste Waffe. Ah, ich bin nicht so gemein. Komm, ich lasse dich in Ruhe, ja? Dankeschön. Ah, viel Spaß noch, ja? Wie heißt es für euch, Frank, da? Susco, mach nicht so, ja. Ist was dieser Susco, oder wie der heißt? Ich bin dann wieder weg, tschüss, Jungs. Warte, bist du, ist das der YouTuber oder was? Oha, ich kenne den voll. Der ist, ich meine, der ist, weil, seine Videos sind so richtig geil. Der ist richtig sympa, also, seine Videos sind so richtig geil. Der wird mich töten, ja? Wenn er noch einmal hier ist, der kriegt eine Bombe von mir. Eine Bombe. Du w- Ah, du Idiot. Nein, Spaß, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Chill, it's a prank, it's a prank. Ich mach nur YouTube, ich mach nur YouTube. Ist ein YouTube-Video, bitte beruhigen Sie sich. Chill. Jetzt, 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 ja. Ah. Ja, endlich, nach 20.000 Bussen hab ich ihn auch endlich mal wieder erwischt. Alles gut, Bro, alles gut. Jetzt geh ich, wirklich, ja. Ich geh jetzt wirklich, ciao. Hau rein. Ja, ciao. Es ist ein Spaß, es ist ein Spaß, es ist ein Spaß, es ist ein Spaß. Es ist ein YouTube-Video, YouTube-Video, YouTube-Video. Spaß, Spaß, Bro, jetzt geh ich wirklich, ja, jetzt geh ich wirklich. Ja, ich fliege dich an, bitte. Ich lass den jetzt so. Ey, ich fliege dich an. Ey, meine Waffen, meine Waffen, du w- Hey. Hallo, hey, hey. Ich bin jetzt zum Schwein gemacht, ich bin jetzt zum Brot, hier grad. Ich bin fast weg, ich bin fast weg, ich bin fast weg. Wo ist dieser Typ, der war, weil ich den sehe, ich fress ihn auf. Hey, PD, Hände hoch und das knallt. Sind sie ernst gemeint? Ja, ist ernst gemeint. Was? Ich bin ernst, oder was? Darf ich bei dir mitfahren? Ich will PDler werden. Ja, komm, steck. Geil. Hey, da ist er doch. Hä? Moin, Junge. Na, was macht ihr hier so? Ey, hier ist er, hier ist er. Ey, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Sie wollen wohl den Bus schmecken, oder? Verdichte die, verprügel die. Die, oh mein Gott. Die wurden einfach vom Bus überfahren. Ähm, wann kommt denn das Video hier? Hallo, der Herr. Alter, was machen Sie mit den Mitbürgern? Haben Sie ein gültiges Fahrticket? Danke, das war sehr angenehm. Hallo, hallo, ey, nicht in die Gasse fahren. Sie sind da nicht sicher. Sie sind nicht sicher in dieser Gasse.